Hey Leute, bevor wir weitermachen, wollte ich noch ganz kurz euch zeigen, was ich denn so gemacht habe. Und zwar habe ich im ersten Akt sämtliche Sterne freigeschaltet, also sämtliche Edelsteine da bekommen. Dann bin ich jetzt schon Level 48 und ja, ich habe mir hier sämtliche Slots freigeschaltet. Das war relativ günstig. Ich habe mir jetzt noch einen zweiten Slot hierfür genommen, um eine zweite Fähigkeit gleichzeitig lernen zu können. Das kostet halt schon 400 von diesen Edelstein-Juwelen. Das ist halt wirklich das, worauf man am ehesten verzichten könnte, ganz ehrlich. Weil das ist dann wirklich nur eine Frage der Zeit. Wenn ich natürlich hier Platz nicht freischalte für eine Fähigkeit, dann kann ich halt nie diese Fähigkeit nutzen. Wobei ich glaube, der erste Slot war irgendwie was mit zehn Juwelen. Den zweiten hier war, nee Quatsch, was rede ich denn da? Also bei diesen Passchen waren es glaube ich zehn und 25 Juwelen jeweils. Das ist ja eigentlich gar nichts. Das kriegt man so schnell wieder rein. Das hier hat 400 gekostet und das hier kostet 900 sogar. Okay, das wird immer teurer. Alles klar. Gut, im Prinzip, wie gesagt, eine reicht eigentlich, weil, ja, irgendwann, wenn man halt alle trainiert hat, sämtliche Fähigkeiten auf zehn, dann braucht man die Slots hier eh nicht mehr. Von daher, ja, ich habe es jetzt trotzdem mitgenommen. Warum nicht? Vielleicht werde ich auch irgendwann den für 900 freischalten, einfach damit ich dann alles habe. Gut, im Lager habe ich hier jetzt noch die zweite Kiste, soweit erweitert. Ich sammle jetzt erstmal noch diese Schatzkisten mit Ausrüstungsgegenständen, weil ich glaube wirklich, dass die passen sich dann dem Level an. Und da unten hatte ich jetzt noch eine Waffe. Ach ja, und ich habe jetzt auch zwei Set-Boni, also für zwei unterschiedliche Sets, jeweils ein Boni. Das war einmal hier Kampfklub des Kriegsherrn. Durch Einsatz von Ansturm oder Sprung nutzt der Krieger auch Kampfrausch. Das ist halt super gut, weil Kampfrausch erhöht die Eile. Und wenn ich dann anstürme, dann haut er teilweise so schnell zu. Aber manchmal, manchmal funktioniert das nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal ist die Animation nicht so viel schneller. Ich weiß es nicht. Gut, dann halt Klingsturmausrüstung. Wirbelwind fügt dem anvisierten Gegner 100% mehr Schaden zu. Also arbeite ich auch sehr viel mit Ansturm und Wirbelwind. Okay, aber ich muss jetzt langsam mal gucken, wie ich das mit den Waffen mache. Ob ich das jetzt noch weiter sammle oder nicht, weil das sind dann hier schon plus 57% Schaden. Okay. Wenn ich noch eine zweite Waffe auf dem Level finde, dann tausche ich die auf jeden Fall aus. Das würde ich erstmal soweit lassen. Und ich bin jetzt hier auch schon auf dem Weg zu Level 9 bei den Saisonbelohnungen. Und es geht immer noch 58 Tage. Also ich habe ein bisschen mehr in sehr kurzer Zeit gespielt. Und die Sache ist die mit den Angriffen. Also ich bin es durch Torchlight ja gewohnt, wenn ich einen Gegner angreife, dann halte ich die linke Maustaste gedrückt. Hier ist es halt so, das ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Weil es reicht einmal, dass ich die linke Maustaste drücke. Dann hackt er von alleine weiter auf die Gegner, auch auf den nächsten, der da rum steht. Oder auch bei der rechten Maustaste. Also gut, das macht das Ganze dann auch sehr viel angenehmer. So, ja, Level 48. Ich muss jetzt mal wieder hier eine Prüfung machen. Dann machen wir mit der Story weiter. Genau, ich habe nochmal so ein bisschen die dritte gemacht, weil ich wollte halt diese Prüfung hier auch mit ins Let's Play nehmen. Dann machen wir die jetzt. Ich habe auch noch einen zweiten Slot für Begleiter freigeschaltet. Ich glaube, das waren auch 400 von diesen Steinen. Juwelen. Ja, ja, ich glaube, es waren Juwelen. Ja, gut. So. Aber das hier ist halt auch im Prinzip immer... Man hackt halt Gegner um und das war es dann. So, jetzt wurde das gerade getriggert, dass er schneller angreift. Das ist schon lustig. Also schnell wieder dazu haut. Und ganz ehrlich, die Dailies, die geben halt jedes Mal fast komplettes Level. Ich glaube, wenn ich die Gegner darin den Level töte, dann ist das sogar jedes Mal ein Level. Markus ist jetzt Level 40. Gut, dann werde ich vielleicht mal einen Begleiter austauschen, damit die Heilerin dann auch nachzieht. Ja, und hier kann man das natürlich noch anders machen. Also, wenn man hier so rumläuft, kann man natürlich hier so ein paar Gruppen zusammenziehen, die dann zusammenstehen. Dann kann ich hier auch mal Wirbelwind anmachen. Jetzt greift er zum Beispiel nicht schneller an. Ich weiß nicht. Ich hatte ja letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, dass die... Das war auch irgendwie entweder was ein Anzeigefehler, irgendein Wacke in der Richtung. Aber der hat beide Angriffe von der linken und rechten Maustaste. Die hatten quasi die gleiche Animation. So, das ist jetzt weiß bei der linken Maustaste. Wenn ich jetzt die rechte drücke, dann ist es rot. Ist im Prinzip die gleiche Animation, nur eine andere Farbe. Plus, ich glaube, weiß ich nicht, letztes, vorletztes Video war es halt so, da war es egal. Links oder rechts war beides rot. Ich weiß auch nicht so richtig bisher, wann ich denn am besten auch die Fähigkeit benutze. Moment, was wollte ich jetzt sagen? Ja, die auf der rechten Maustaste. Weil dann erhöht er ja auch die Angriffsgeschwindigkeit, wenn er trifft aber auch nur einen Gegner. Und die meisten kann ich halt so umhacken. Und auch mit der Einserfähigkeit und dem Wirbelwind ist das halt alles nicht so das Thema. Es lohnt sich eigentlich nicht, irgendwie die rechte Maustaste zu benutzen. Das wird sich wahrscheinlich später noch ändern. Und was bei der Heilerin ist natürlich ja auch mit dem Krieger zusammen echt wirklich, wirklich super. Weil durch diese Vortex-Fähigkeit kann sie halt alle Gegner auf einen Fleck ziehen. Da brauche ich da einmal nur mit Wirbelwind hinlaufen. Oder Wirbelwind dann anmachen. Und dann hauen wir direkt alle um. Hier für so einen Boss kann ich natürlich die rechte Maustaste benutzen. Die rechte Maustaste, danke. So. So, das war's mit dir. Dann hätten wir das auch geschafft. Und ich könnte jetzt eigentlich... Wir stehen sogar... Wir können sogar über den so drüber laufen. Das ist ja auch sehr nett. Jetzt sag nicht, ich komme hier... Doch, aber ich könnte Portal sowieso so aufmachen. Alles klar. So, was haben wir bekommen? Ja, ich muss mal gucken. Schild will ich halt nicht nehmen, wegen Wirbelwind. Ansonsten... Können wir hier... Das ist Level 50. Das müssten wir eigentlich auch schon hinkriegen. Aber auf der anderen Seite... Man kann halt auch sehr schnell leveln. Auch so standardmäßig schon. Aber auch... Wenn wir mal kurz gucken. Man kriegt halt so viele Items mit Erfahrung. Erhaltende Erfahrung plus 200%. Weil ich habe jetzt die Items behalten, die mir mehr Erfahrung geben. Aber das kann ich auch nicht mal allzu lange machen. Weil die Unterschiede werden schon größer. Wenn ich dann halt irgendwie 20% weniger Schaden mache. Wegen bisschen mehr Erfahrung. Dann lohnt sich das halt auch schon irgendwann nicht mehr. Gut. Dann machen wir jetzt noch die Prüfung des Frosts. Frost ist das nördliche Hochland. Und älter Rats ist seit allem in dieses Zeitalter als Heim der Hirten Marquins. Befreie das Land von Raghadams Horden und du wirst belohnt, wenn... Das hier hatte ich mich vorgelesen, ne? Finde einen Weg durch die Sümpfe von Düstertal und befreie sie von ihren böswürdigen Bewohnern. Beeil dich, um die besten Belohnungen zu ergattern und deine nächste Prüfung freizuschalten. Ja, gut, das ist halt unterschiedliche Texte. Aber das sieht irgendwie trotzdem alles so ein bisschen gleich aus. Gut, jetzt haben wir hier mal eine Schneelandschaft. Aber das sind alles relativ offene Gebiete. Dann sind da mal so ein paar Felsen. Aber das war es dann im Prinzip auch schon. Oh, das lohnt sich hier natürlich. Vor allen Dingen dann mit Wirbelwind. So, jetzt hat er das wieder getriggert durch den Charge. Manchmal macht das halt nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hatte ja auch erst gesagt, okay, ich höre jetzt damit auf mit dem Projekt. Das Problem ist, das macht mir jetzt halt immer mehr Spaß. Das ist das große Problem daran. Auch wenn das mit der Steuerung mal so ein bisschen problematisch wird. Ich glaube, dieses Problem tritt halt auch auf, wenn man wirklich sehr viel klickt. Jetzt, wenn ich das wirklich anders mache momentan, mit denen halt nur einmal klicken bei den Fähigkeiten, dann ist das eigentlich okay. Oh, wow, das macht auf jeden Fall... Oh, das tut auf jeden Fall weh. Es lohnt halt nicht, also bei diesen Gegnern... Gut, ich bin auch von Level ein bisschen drüber und alles, ne? Aber es lohnt halt bei denen hier nicht, dass ich wirklich sage, okay... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde gern nicht sterben. Also, dass ich die Fähigkeit der rechten Maustaste auch nutze. Ich glaube, ich sollte eher bei normalen Gegnern hier bleiben. Bin ich mal gespannt, ob ich gleich beim Boss sterbe oder nicht. Also, langsam macht es sich wirklich bemerkbar, dass ich schon sehr viel... ...sehr viel für mehr Erfahrung geopfert habe. Ich müsste auch mal wieder die Heilerin mitnehmen. Es sei denn, ich habe hier natürlich so einen Boss oder so einen ganz starken Elite-Gegner. Dann ist natürlich die rechte Maustaste besser, wenn da halt keine Ads so wirklich bei sind. Gut, geschafft. Noch kurz warten, bis wir das Zeug eingesammelt haben. Und das war's dann. So, was haben wir denn bekommen? Level 50 Schwert. Okay, hier so ein Brustteil. Ja. Grid-Wert und Block-Wert. Ja, das ist dann wieder Set-Item. Da würde ich das halt wieder verlieren. Das sind dann jetzt... Ja, für so ein bisschen mehr. Das lohnt das nicht. Gut. Das hier werde ich mehr. Plus 40% Grid schaden. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Ja, komm. Also, die Waffen muss ich jetzt eigentlich austauschen. Weil das ist dann... Das ist dann ein bisschen... Gut, und wir können dann natürlich auch noch Kraft reinsockeln. Das gibt dann nochmal mehr. Die Frage ist, wie machen wir das denn direkt so? Ich habe die eigentlich alle schon soweit versockelt. Ihr habt... Oder ich nehme wirklich... Ich glaube, Level 6 von den Smaragden ist jetzt erstmal so die höchste Stufe. Vielleicht ist das dann auf nächsten Schwierigkeit... Vielleicht geht das dann auf nächsten Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen höher. Oder ich nehme Crit-Wert. Hm. Eiler haben wir eigentlich genug. Ich würde fast sagen, ich nehme mehr Crit da mit rein. So, dann mal eben schauen. Das wäre dann schon 66% mehr. Und das Ding gibt auch noch Erfahrung obendrauf. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja gut, dann tausche ich die jetzt auf jeden Fall aus. Mit mehr als 15 Level Unterschied. Das kann ich so nicht mehr rechtfertigen. Dass ich da mit dem Setboni rumlaufe. Und das hier schlachten wir erstmal alles wieder aus. Genauso wie die Waffen. Die Hose. Das ist Level 52 war das, ne? Das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ich packe die erstmal... Aus 40% Crit-Schaden. Das ist natürlich schon... Wahnsinn. 245 Leben pro Treffer. Ich glaube, ich könnte auch so ein bisschen mehr Heilung langsam brauchen. Ich sammle jetzt nochmal hier so ein paar Heiltränke. Und dann werde ich die, glaube ich, verkaufen. Wenn ich davon 50 oder so zusammen habe. Mal gucken. So, dann würde ich gerne mal schauen. Wie sieht das denn jetzt hier mit Crit-Chance aus? 10,6% ist jetzt halt auch nicht so viel. Und wir können jetzt schon Prüfung 6 machen. Aber wir bleiben erstmal dabei. Gut. Und jetzt machen wir hier mit der Quest weiter. Mit der nächsten. Und diesmal bitte richtig. Danke. Nicht so wie letztes Mal. Der Duft von Heimat. Wir haben ein großes Bauwerk aus Stein gefunden. Darin nehmen wir das Geräusch fließenden Wassers und vertraute Gerüche wahr. Hier gibt es eldiranische Pflanzen. Aber sie sind eingesperrt und angeordnet wie Fiolen. im Labor eines Alchemisten. Gucken wir mal. Uh, das sieht ja auch interessant aus. Aber. Gut. Du bist 39. Dann würde ich fast sagen, ich nehme euch zwei hier erstmal mit. Und je nachdem, welchen Begleiter man in welchem Slot hat, sind dann halt hier auch die Fähigkeiten angeordnet. Also ich kann die jetzt auch nicht so verschieben. Sondern es kommt halt drauf an, wo die dann, ja, quasi drin sind. Terraforming Experiment 1. Das ist ja auch interessant. Hat wohl nicht so ganz funktioniert. Wenn man sich anschaut, was hier für Gestalten rumlungern. Das ist halt mit den Waffen jetzt hier. Langsam werden die Zahlen echt ein bisschen größer. Gut, also wenn ich halt so drei Gegner habe, dann benutze ich auf jeden Fall, ja, die linke Maustaste. Bei drei Gegnern und mehr. Bei zwei würde ich vielleicht dann auch die Rechte nehmen, wenn die halt mehr aushalten. Aber so weiß ich nicht. Am einfachsten, am wenigsten ist es einfach, die Maustaste zu drücken. Einmal. Und den dann rumhacken zu lassen. Und ab und zu dann noch ein, zwei, dreimal zu aktivieren. Ich kann... Du läufst hier nicht rum, ne? Doch, du willst, du willst, du willst... Naja, das war schon ein bisschen komisch. Ich weiß gerade auch nicht so richtig, wo ich hier jetzt hin soll. Aber das geht ja halt auch immer so Schlauchlevel eigentlich. Deswegen... Aber ich will jetzt auch nicht an irgendeiner Kiste vorbeilaufen. Ich würde schon gerne alles mitnehmen. Also das Waffen-Upgrade hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil ich habe wirklich schon gemerkt, es wurde schon ein bisschen zäher. Set-Buni sind ja schön und gut. Hier oben ist eine Kiste versteckt. Aber irgendwann lohnt das nicht mehr. Gerade dann beim Leveln. Am Anfang ist das super, wenn man die dann hat. Weil das gibt dann schon einen erheblichen Schadensbonus durch Set-Buni. Aber so 10, 15 Level später... ...kann man die eigentlich schon nicht mehr nehmen. Gut, und ich hatte da jetzt auch in dem Shop da, wo man 50.000 Gold-Rezepte kaufen kann, schon das erste für den Krieger. Und zwar ein Streitkolben. Mir fehlt nur ein bisschen so das Kleingold. Ach ja, und ich habe mir noch so eine Ressourcen-Kiste gekauft für 35.000 Gold. Aber ich glaube, ich sollte halt wirklich darauf achten, dass ich zumindest immer so 50.000 Gold-Plus in der Hinterhand habe. Falls dann da ein Rezept auftaucht, was ich gebrauchen kann. Weil die sind da halt auch immer alle random. Gibt es hier noch irgendwas? Vielleicht ja, vielleicht nein. Jetzt können wir auch hier runter. Okay, dann... Ja, laufen wir erstmal hier lang. Da unten ist halt auch was. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie dann außen rumlaufen. Sieht jedenfalls danach aus. Ich schaue jetzt erstmal, ob ich hier unten vielleicht rumkomme. Aber wie groß ist denn bitte dann der Level? Tatsache, das geht ja sogar rum. Ja gut, das Gebiet ist hier scheinbar echt schon ein bisschen größer. Jetzt können wir auch hier oben hinlaufen. So, die Kiste nehme ich natürlich auch gerne mit. Und das hier. Und ich könnte auch mal wieder Wirbelwind benutzen. Aber die standen hier alle schon eher so ein bisschen... Das ist halt auch ein bisschen mein Problem. Weil der hat... Wirbelwind hat ja auch einen Cooldown von um die 14 Sekunden. Je nachdem, was ich für Cooldown-Reduktion habe. Die 14 Sekunden können halt auch schon sehr lang sein. Das, wenn man den dann braucht, den gerade nicht benutzen kann. Aber dafür benutzt man den sonst ganz oft nicht. Da geht es dann auch noch weiter. Gut, aber wir machen erstmal hier unten alles platt. Im Prinzip können wir die jetzt hier auch einfach alle mal so zusammenziehen. Dann ziehen wir die damit mal zusammen. Und dann machen wir Wirbelwind an. Dann haben wir einen Level ab. Ja, das ist halt schon... Sehr nett. Gut, da ist noch eine Kiste. Puh, also wenn ich das hier nochmal alles ablaufen muss, ein paar Mal, um dann die Sterne zu bekommen für die Edelsteine. Für die Juwelen, ja. Ich sag immer Edelsteine. Kannst du... Du müsstest eigentlich da langlaufen können. Also so wie das ausschaut. Und auch so von der Karte. Aber du kannst da nicht langlaufen. Du kannst da auch nicht langlaufen. Das ist ein bisschen komisch. Von den Karten her und von den Wegen, dann hätten sie das irgendwie anders bauen sollen. Hallo? Soll es nicht gegen den Baum laufen? Nee, da geht es... Also jetzt hat er gerade... Das mag er nicht, wenn er da unten langläuft. Okay. Gut, wir müssen dann auf jeden Fall... Terraforming Experiment 3. Ähm... Ich kann da jetzt so nicht rein. Das heißt, ich muss dann erst nochmal woanders hin. Weil das ist ja rot. Moment. Überlebe den Hinterhalt. Ähm... Ich hätte gern das als Quest-Verfolgung. Äh, nee. Also... Ja, ich glaube, ich muss da unten nicht hin. Der läuft da ja kaum hin. Aber... Ich war doch hier oben... Hier oben war ich doch auch schon überall. Das da ist grün auf der Seite. Aber da komme ich halt so jetzt nicht hin. Und hier waren wir ja auch überall. Oder habe ich irgendwo einen Gegner stehen lassen? Nee, das glaube ich aber nicht. Kann ich irgendwie... Ja, ich kann mir die Karte... Äh, das ist aber auch sehr provisorisch hier. Es müsste doch eigentlich da unten noch weitergehen. Das sieht zumindest auf der Karte auch so aus. Deswegen... Nee, ich habe auch keinen... Ich habe eigentlich alle Gegner mitgenommen. Das muss dann wirklich... Da unten noch weitergehen. Hallo? Da... Da sind Gegner. Okay. Also... Dieses Überlebe-den-Hinterhalt... Das ist wahrscheinlich mehr so... Ich muss ja alle Gegner erledigen. Da kommen wir halt... Nicht hin. Aber da läuft er rein. Okay, also... Ja, Wegfindung, ne? Auch ein Thema für sich. Wegfindung ist zwar das eine Thema, aber wenn das auf einem Minimap dann teilweise noch so aussieht, als könnte man da stellenweise langlaufen, kann da nicht sein. An anderen Stellen denkt man dann, okay, man kann da nicht langlaufen, weil an der anderen Stelle ging es ja auch nicht. Und dann kann man da doch langlaufen, wenn man das ein bisschen probiert. Dann kann man durchaus an der einen oder anderen Stelle doch mal hängen bleiben. Da geht's weiter. Gut, da oben kriegen wir noch eine Kiste. Das ist aber echt schon bis hier hier wirklich das größte Gebiet. Ja, ja, Healer erledigen. Einmal Wirbelwind anwerfen. Können wir alle hier wieder so ein bisschen pullen. Und einmal Wirbelwind anwerfen. Ich könnte die auch alle wieder zusammenziehen. Aber gerade bei so ein paar Gegnern lohnt das sich. Also die Heilerin ist gerade mit Wirbelwind oder irgendwelchen Flächenschadensfähigkeiten natürlich am besten mit ihrem Vortex da. Da kann man teilweise so viele Gegner zusammenziehen. Aber was ich ganz nett finde, dass hier mal so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen futuristischer hier. So von der Landschaft. Gefällt mir auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Abwechslung. Ein bisschen Abwechslung ist halt nie verkehrt. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es hier so lange geht. Lab Area. Okay. Living Quarters. Gut, euch ziehen wir jetzt mal zusammen. Und dann einmal bitte Wirbelwind und die, ja, mit den Waffen, die ich teils bekommen habe, halten die halt nicht so viel aus. Das Einzige, was mir vielleicht nicht so wirklich gefällt, ist wirklich die Sache mit den Kisten und durch Kisten Items kriegen. Oder durch vielleicht auch Gold, dann manchmal diese, man hat ja diese, wie heißt das denn, diese Tagesbelohnung, die man kriegen kann. Einmal Gold, einmal gegen Juwelen. Dass man sich sowas halt, Ausrüstung gegen, ja, auch für Edelsteine kaufen kann, dann weiß ich nicht. Das mag ich halt in solchen Spielen überhaupt nicht, weil, ich meine, ich würde sowas halt auch nie machen, weil ich spiele das ja, um bessere Items zu finden und freue mich dann darüber, wenn ich bessere Items finde. Wenn ich mir die dann einfach kaufen kann, warum sollte ich dann das Spiel noch spielen, ganz ehrlich? Ja, man kann das natürlich auch ein bisschen kombinieren mit Charge dann. Wenn man nur in einer Gruppe drin ist, macht dann Wirbelwind an und vier Sekunden sind, also, ja, ist halt trotzdem relativ kurz, aber dann kann man nochmal in eine andere Gruppe reinchargen und dann da nochmal mit Wirbelwind Schaden machen. So kann man das natürlich auch machen. Okay, wie machen wir das denn? Pieper. Ei, 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 ei. Ich benutze halt auch diese Fähigkeiten von meinen Begleitern viel zu selten. Die sind halt aber auch so ein bisschen situationsbedingt. Ich würde ihn jetzt auch nicht überall in jede Gruppe reinchargen lassen, nur weil er jetzt gerade einen Charge-Ready hat. Das ist dann wieder dieses auf den richtigen Moment warten und wenn man halt die ganze Zeit wartet, macht man es halt gar nicht. Cool, das könnte jetzt ein bisschen dauern mit dem Ansaugen. Das ist auf jeden Fall eine Menge Zeug. So, dann haben wir das. Dann gucken wir mal, was Alarion hier sagt. Alarion. Du hast den Dschungel und den Hinterhalt überstanden, Wildfremd. Es ist Zeit, dieses Bauwerk zu erkunden. 6.500 Gold, 12.000 EP. Und dann noch Schulterpolster oben drauf. Jawohl. Gut, dann... Boah, das gab echt eine Menge Gold auch. Dann kann ich mir jetzt... Dann können wir uns hier nochmal kurz gucken. Bei ihr hier... Also, ich werde dann halt auch schauen, dass ich halt wirklich immer so 50.000 Gold in der Hinterhand habe. Wobei, das ist halt auch schon schwierig, weil... Alle drei Stunden kann man das gratis aktualisieren. Und alle drei Stunden dann 50.000 Gold zusammen zu bekommen, könnte ein bisschen schwierig werden. So, Blackguards Überfall können wir uns jetzt hier holen. Dies ist eine Fertigungsanleitung. Sie bringt dir bei, wie man diesen Gegenstand fertigt. Blackguards Ausrüstungsset. 0 von 2. Bonus für zwei Teile. Du erläst 50% weniger Schaden, wenn du weniger als 50% Gesundheit hast. Gut. So toll ist jetzt dieser Bonus auch nicht. Aber ich nehme das jetzt trotzdem schon mal mit. Weil das ist dann sowieso immer random, was man da kriegt. Und ich nehme dann lieber direkt alles mit, was ich dann so kriegen kann. Ich würde gerne nochmal kurz hier bei dir schauen. Wie das denn ausschaut hier mit den Nahkampfwaffensets. Blackguards Überfall. Ich kann, genau, ich kann das auch für jedes Level, diese Waffe kraften. Das ist ja auch sehr interessant. Wobei, das werde ich jetzt natürlich nicht machen. Wir brauchen halt so viel Mitril dafür. Und 132.000 Gold. Und Titanenzeichen. Ja gut, das hat sich dann sowieso erstmal erledigt. Ich dachte eigentlich schon, ich hätte so ein bisschen was gesammelt. Aber das war dann auch so nur so Low-Level-Materialien. Hm, okay. Wir haben hier noch ein Buch. Ich glaube, das lesen wir dann nächstes Mal. Was ist den Rest hier an? Gut, der Umhang, der levelt halt mit. Deswegen werden wir den wahrscheinlich eh nicht austauschen. Hier hätten wir Lebensregeneration. Will ich jetzt auch nicht. Und den ganzen anderen Krempel. Hier noch ein paar Steine. Nee, das ist alles nicht so toll. Gut, das werde ich dann gleich verschrotten. Aber wir machen hier jetzt erstmal wieder Schluss. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.